Wir reden über Masturbieren Wir reden über Glitschige und feuchte Gleiter Wir kennen keine Tabus und nein, wir haben keine Scheu Um ehrlich zu sein, ist niemand mehr neu Dass diese kleinen Masturbiermaschinen Wackelkontakte haben Dass es oft erst eingesetzt hat, bevor wir geistig starben Wieso denn? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Marie's lilla lady finger hat einen Wackelkontakt 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 Stell dir vor, du bist abends allein daheim Im Raum ist es dunkel und du ziehst dir leist im Schnulzen rein Egal wie du's machst, du wirst es bald bereuen Denn du probierst deinen neuen Vibrator aus Und andere Menschen denken, das wär schön Doch dann fängt dieser Billigsdorfer Scheißdreck an, einzugehen Scheiße Oh je Ich hab jetzt gleich das Gefühl Marie's lilla lady finger hat einen Wackelkontakt Marie's lilla lady finger hat einen Wackelkontakt Marie's lilla lady finger hat einen Wackelkontakt Marie's lilla finger hat einen Wackelkontakt Marie finger hat einen Wackelkontakt Marie finger hat einen Wackelkontakt Es wird wenig über Frauen, die masturbieren, geschrieben Und es soll Leute geben, bei denen ist noch nicht hängen geblieben Dass es eben Menschen gibt, die es immer wieder machen Aber niemand redet über so beschissene Sachen Wie kaputte Ladyfinger oder Masturbationsmaschinen Ach Gott, warum? Maris Lilla Ladyfinger hat einen Wackelkontakt 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 Ah! Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.